Ahoi Pyrus, willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 19.5 und heute gibt es von mir das Pyroland Explosive Car. Das ist ein Plastikauto quasi, wo viele verschiedene kubische Kanonenschläge drin sind. Wir gucken einfach mal durch, was es denn hier so für Farben gibt. Wir haben hier einmal den ganz normalen Cubic. Ja, das ist der ganz normale Kanonschlag. Dann haben wir hier einmal den Detonation. Der ist mit Crackling, steht hier oben ganz leicht. Dann haben wir den Detonation White Glitter. Dann haben wir den Detonation Blau. Und den Detonation mit Pink Glitter. Also ich denke, da sind einfach so Farbsterne mit drin. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Test des Pyroland Explosive Car. So, jetzt testen wir hier den Cubic von Pyroland. Der nächste. Dann haben wir jetzt den Detonation. Der nächste. Jetzt Blue. Weiß. Weiß. Und Pink. Weiß. Untertitelung des ZDF, 2020